Storytime, ich kann's sehen auf der Karte. Ja, meinst du wieder, die Tennis sagt das schon wieder die ganze Zeit? Sagt die das bei dir? Ja. Bei mir nicht. Sie sagt dann, du näherst dich an, oder fragt von Tyrus sowieso. Sagt die das, wenn du in der Nähe bist, bei dir? Ja, oftmals sagt die das. Bei mir sagt die das nie. Okay. Wir kommen da nicht hin. Oder kann man da rüberspringen? Probier mal. Ah. Geht's sogar. Aber da, trotzdem, es ist oben drauf, oder? Oh mein Gott. Weil hier ist zu hoch. Ja, das ist irgendwie da hinten drin. Eine Ahnung. Kommen wir wahrscheinlich noch rein. Ich hab auf jeden Fall Gegner gesehen. Hä? Der ist gerannt und gegen die Wand gerannt und ist explodiert. Oh mein Gott. Ich treff ihn nicht. Mit dir. Okay. Irgendwo da oben war noch einer. Ich hab ihm sein Bein weggeschossen. Es ist dezent ungewohnt mit dieser Schwerkraft. Aber nicht unmöglich. Hey, jetzt kommt er darauf, dass sie Sicherheitskräfte sind. Ist das dein Ernst? Hä? 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 Toll. Muschier durch. Was hat er gesagt? Ich habe nichts gelernt. Äh. Was ist denn das für eine nutzlöse Räume? Warum habe ich den überhaupt? Okay. Okay. Ein ziemlich spuster. Ähm. Ähm. Hallo? Sollen wir nicht hier so ausrasten, ja? Die kleine Nock fliegt irgendwo hin Hey, wo ist der denn geflogen? Was ist denn das jetzt? Er kann den hochschießen Ich kann den Befehl geben, dann kriegt er die Viecher Die Küken müssen gehen Fangen sie! Hau den dir! Nettes Schlaffest! Ich suche einen Weg hinein Stecke ein Viperlaufwerk in die Konsole Damit ich das Sicherheitssystem hacken Und das Fragment finden kann Ein Viperlaufwerk hat er gesagt Wie viel hat er uns denn gegeben? Viperlaufwerk Das Fragment ist ganz in der Nähe Ich öffne jetzt das Tor Auf der anderen Seite wartet Verstärkung Also such dir Deckung Und dann mach sie Platz Welches Tor? Ah, da kommen sie! Nö, hier hinten gibt's noch was für mehr Kunden Stecke ein Viperlaufwerk in die Sicherheitskonsole Ich hecke mich rein und orte den Laserkontrollraum Der soll mal die Füße stillhalten Kollege Gut gemacht созд Beddrecht Zu space A לא Ohh Ja... Oh mein Gott! Was zum Teufel? Ah! Hier sind jeweils... ...Gegner. Oh, erneut versuchen. Erneut versuchen. Och man, gehen wir doch nicht auf den Sack damit jetzt. Och ey, das ist zum Kotzen. Auf dem Weg, ihr Opfer! Ein Viehstod. Scheiß! Och man! Oh Mann! 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 Geh mir nicht auf den Sack! Geh mir nicht auf den Sack! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Und er bringt dich runter zum Laser! Seh mal deine Basis. Ey, ich seh da unten nen Gambling-Ding. Was ist da los? Ey, guck mal da rein! Da ist voll die Kamera drin mit Loot! Und natürlich ein Automat. Hahaha! Da kann man das Loch reingucken Bevor wir hier fighten, müssen wir erstmal alles erkunden Ja, hier ist zu Na dann Bist du bereit? Ja Wahrscheinlich müssen wir verteidigen oder sowas Hochmodern Habe ich mir gedacht Sobald wir die bedingungslose Kapitulation in trockene Tücher gebracht haben Feiern wir das auf der Sonara Das ist meine Vergnügungsjacht Security, tötet den Kammerjäger Wer hätt's geahnt? Das ist meine Vergnügungsjacht Das ist meine Vergnügungsjacht Das ist meine Vergnügungsjacht Oh, dear. Hmm. Ja, dieses Säure-Ding ist nicht so geil, muss ich sagen. Von Dahl eine Nahrung gekriegt. Du! Ich glaube, ich kriege mal von Dahl Zeug zugeschickt. Dahl ist auch nicht verkehrt. Dahl ist mein Lieblingsding, ja. Solange es nicht von Maliwan oder von Tork ist. Komm her, du hästliches, kleines Vieh. Ey! Ich prügel dich zu Tode. Oh. Hey, was ist das? Und da fliegt einer. Oh mein Gott. Da sind jetzt viele Bett und es nackt. Wir werden richtig, ne? Oh mein Gott. Rees, warum ist ein Kammerjäger hier? Jetzt sag nicht, dass du meinen Laser zerstören wolltest. Das ist mein Lieblingslaser, Rees. Oh, äh, hey. Versteh doch. Diese ganze Lasernummer. Macht es meinen Leuten schwer, ihrer Arbeit nachzukommen. Ist geradezu tödlich für die Moral. Wen kümmern deine Mitarbeiter? Ich tue das für uns. Für die wichtigen Leute. Die Vorstände. Aber du ruinierst alles, Rees. Du ruinierst alles, indem du dich verteidigen willst. Security. Tötet den verdammten Kammerjäger! Halt sie auf! Ich krieg das hier hin! Baaah! Hä? Alter, warum ist das so schnell? Oh mein Gott. Was ist das? Ja. Ich ping auch ein bisschen. Wir ping einfach ne Runde. Dieses dämliche Schildding. Scheiße! Er hat den Lift gesperrt. Boah, Mann. Oh ja. Zeit für Geheimagentenkram. Benutz die Lüftungsschächte. Sie führen dich in den Wartungsbereich. Ich muss erst mal hier gucken, was ich alles gekriegt habe, ja? Ja, ich muss mal gucken, was Dahl mir geschickt hat. Äh, äh, äh. Ja, äh, äh, äh. Mit kapverer Verschwiegenheit, steinfreigabeprotokoll. Kein batterisch. Das Feuer mit zertifizierten Dahlwaffe, der Seriennummer die Kriege geht eröffnet. Das ist ja eine ganz eigene Waffe. Da oben geht es lang. Ah ne, hier geht es durch. Eine MP. Irgendwie. Nur für Premium-Kunden. Ich bin Premium-Kunde. Gut, durchquere den Wartungsbereich. Ich habe vielleicht einen Weg in den Kontrollraum gefunden. Breeze, ich weiß, dass dein dummer Kammerjäger hier rumstrollt. Unterschreib endlich den Übernahmevertrag, Kumpel. Sonst? 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 Nein, das war mein Lieblingsbäcker. Katagawa, du Monster! Oh ja, und das war erst die halbe Kraft. Wenn du nicht bald unterschreibst, schneide ich dich in Stücke, Reeves. Dieser scheiß Katagawa. Ich war so nah dran, ihn aufzuhalten. Scheiß Katagawa. Der hat sich mit diesen verfluchten Kindern der Kammer zusammengetan. Guck hier, wie? Wie? Gegen kostenlose Arbeiter komme ich nicht an. Wie, was? Das haben wir doch schon mal gesehen. Wo bist du denn? Diese ganzen Kristalle. Aber irgendwie... Kristalline Struktur. Kann man nicht zerschlagen. Undurchdringlich. Ja. Wird da speziell was? Ja, wir haben noch nicht die Artefakte frei. Also irgendwas kommt da noch. Irgendwas muss da noch kommen. Hast du da oben schon? Hier oben noch nicht. Ich glaube, hier müssen wir auch hin. Irgendwie. Aber das andere haben wir irgendwie nicht aufgekriegt, gell? Das ist komisch. Das andere? Was meinst du? Was meinst du das andere? Ja. Hey, Kinder der Kammer. Bring mir den Kopf des Kammerjägers. Ja, das andere Geschichtding da. Ja, vielleicht kommen wir da noch hin. Hätte ich gesagt. Ach. Ab mit dir. Kleine Mann. Was macht ihr unfähigen Affen da? Tötet den Kammerjäger. Du musst schon was anbieten, was meine Familie will, Katagawa. Tötet den Kammerdieb. Und ihr verdient euch einen Platz neben mir, wenn wir die große Kammer öffnen. Hä? Ich sehe das Ding überhaupt nicht. Ist das eridianisch? Aha. Überall sind diese komischen Schriften versteckt. Hä? Was ist denn das hier? Alter. Da reicht mir jemand die Hand. Hoffentlich weißt du zu schätzen, dass ich dafür auf das Töten anderer verzichte. Scheiße. Er ist am Boden. Scheiße. Heute nicht, Kompon. Oh, was? Das sind viele, viele, ey. Hä? Haha. Was ist hier los? Äh. Hier, ist das da. Zumindest mir. Und das da. Hier ist noch ein kleiner. Der springt noch in den Tee die ganze Zeit. Ach nee, da oben ist noch einer. Verdammt. Ah, ich komm, doch, ich komm hier auf. Hey, hey. Ganz ruhig. Also nehme ich deinen. Ah. Irgendwo... ...brennt noch einer rum. Oder auch nicht. Boah. Ruf mit dir, mein Junge. Oh. Ähm. Duh. Oh, Reese. Kumpel. Wo bleibt der Übernahmevertrag? Mal sehen. Worauf soll ich jetzt schießen? Wie wäre es mit deinem Lieblingsfreizeitpark? Nein, nicht Lazy Riverland. Lazy. Nur nicht das Lazy Riverland. Lazy Riverland. In drei, zwei, eins. Nein! He 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 he. Satan!